Hey, ich nehme dich heute mit auf eine kleine Reise. Sie beginnt im Morgengrauen, während unsere Kids noch ihr Schläfchen halten. Wir haben ca. 700 Kilometer Fahrt vor uns. Es geht nach Italien, um genau zu sein nach Bibione. Dort haben wir uns ein Ferienhaus gemietet, was allen Familien mit Kindern wirklich zu empfehlen ist, da es sehr kostengünstig ist. Mehr Infos zu unserem Reiseziel findest du in der Infobox unter diesem Video. Dort schreibe ich dir ein paar kleine Tipps und schöne Ausflugsziele, die du mit deinen Kindern oder auch ohne Kinder natürlich anschauen kannst. Wir genießen viele schöne Momente miteinander. Einige habe ich für dich und natürlich auch für mich mit aufgenommen und mit der Kamera festgehalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Bereit, das Meer zu sehen? Ich bin auch bereit, das Meer zu sehen. Du bist auch bereit? Ich weiß, wie du siehst. Hier? Wo ist es? Du siehst, man sieht von Gigant. Ja! Papa, sollst du mich nicht mehr fragen? Nein, mein Kleiner. Und so ist es ganz woanders. Ich habe euch jetzt mal nur zu mehr gefahren. Wir müssen noch woanders. Wir sind noch nicht ganz. Und Kira sammelt Muscheln. Wir sind noch ein paar Mal. Ich bin noch Müller, ich bin noch ein paar Mal. Wir sind noch ein paar Mal. Was ist ein paar Mal. Was ist nicht so Maggie? Das wäre auch ein paar Mal. Ich bin noch gar nicht mehr. Ich bin noch ein paar Mal. Ich bin noch ein paar Mal. Und da ist beim Gehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und Mali wieder ganz oben. Ja, ich weiß. Mali alleine. Ganz weit oben. Ja, super Mali. Ich habe eine Muschel gefunden. Du hast ganz viele gesammelt. Das ist echt schön. Sammel mal noch ein paar. Wenn du noch was Schönes findest. Ja, super Mali. Gib mir die Hand. Mama ist warm. Warm, ja. Der Sand ist heiß, Mali. Müssen wir schnell laufen. Was hast du da mal gezeigt? Da ist da noch Sand. Da ist Sand zwischen den Fingern. Das ist Sand. Musst du weg. Kira wird ein Geburt gehüllt. Es ist schön kühl. Abkühlung. Du bist doch schon ganz drin. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nein, Mali, du fährst nicht. Nein, Mali fährt nicht. Papa fährt gleich. Ihr seht so wunderschön aus, zusammen, schön, kommt weiter, Mali schläft, Mali ist eingeschlafen. Das ist eine Spinne und ein Spinnennetz. Ja, wir sind immer Leuchtturm drinnen. Das ist die Flüge, das ist die Flüge. Das ist die Flüge, das ist die Flüge. Bis zum nächsten Mal. Fahren wir zurück? Ja. Ja? Aber ein Eis essen wir. Ja, wir können danach später Eis essen. Mali! Mali, guck mal jetzt die Mama. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker. In the middle of the dance floor, I wanna go, in the father's direction. Und dann mache ich ein Kaffee? Ja, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute.